Es geht los, begrüßen Sie die beiden Mannschaften an Engbach, Juniors und USC Dankhaus 1B. Das ist die Brüderbanner. Nummer 12 Nathalie Pomota, Nummer 13 Michelle Arqueta, Nummer 14 Jessica Brunner, Nummer 17 Karina Alinze. Engbach Junior spielt heute den folgenden Aufstellung im Tor mit Anna Wegscheider. Nummer 4 Anna Eckertsberger, Nummer 7 Teresa Kittinger, Nummer 11 Anna Kuber. Nummer 12 Solja Tigrisberger, Nummer 14 Karsti Seiter, Nummer 15 Katrin Mutzig, Nummer 17 Giovanna, Nummer 20 Stefanie Kremener, Nummer 22 Veronika Klethova und Nummer 24 Isabella Dolmenowitsch. Das Spiel wird geleitet von Herrn Schiedsrichter Ingenieur Roland Saigerschnitt und wir wünschen gute Unterhaltung zu 2x45 Minuten. Malenkbach Juniors gegen USC Nathaus 1B. Mautz hat eine andere Annahmenin und Lor politische Hallen, Nummer 14 Kapitel Maitl hierzu. Max komm her an zusammen. Muit Nikola Monok, muss ab die Kurseeven mehr sehen, dass die Abflussität wegen Curagan d Jesús无想 compota braucht HonestУ, 않을 Sicht Vollsitzungen aus Bühnen kommen, von Tag 0 at 10 Colorado UKRI, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah! Applaus 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 So, liebe Fußballfrauen in Leinbach, Juniors führt 4 zu 1. Wir stehen in der 26. Spielminute. Und das waren drei klare Tore jetzt durch die Nummer 22, Stefanie Kremener. Nochmals herzliche Gratulation zum Henrik für Stefanie Kremener. So, liebe Fußballfrauen in Leinbach, Juniors. So, liebe Fußballfrauen in Leinbach. So, liebe Fußballfrauen in Leinbach. So, liebe Fußballfrauen. So, liebe Fußballfrauen. So, liebe Fußballfrauen in Leinbach. Vielen Dank. 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 Yeah. Ja. Yeah. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Ja, ... Vielen Dank. 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 eigentlich nach Verlustpunkten gerechnet, gleich auf. Herzliche Gratulation Sabine Brand, der Trainerin und der gesamten Mannschaft zu diesem Erfolg. 5 zu 0 gewann die erste Mannschaft und jetzt 7 zu 1. Ein erfolgreicher Tag hier an diesem Samstag. Wir danken Ihnen, liebe Fußballfreunde, fürs Zuschauen und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und jetzt nochmals Riesenapplaus den Chungas. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.